Ja und die hat bei uns sowas von für Furore gesorgt. Also bei der Daniela können Sie sich das jetzt auch gerne nochmal der blauen Variante anschauen. Gerne. Super Leggings, gucken Sie sich das bitte an. Egal jetzt auch für welche Farbe Sie sich entscheiden. Ich würde mir ja tatsächlich überlegen, ob ich die in beiden Farben nehme. Ja, sofort mitnehmen für den. Werde haben, weil Sie brauchen einmal den Blue Jeans Print, den klassischen, ist ja ganz knallerot zum Beispiel, so würde ich es kombinieren, mit einer schwarzen Leggings. Ich habe es jetzt auch ein bisschen klassischer gehalten, einfach weil ich Ihnen authentisch präsentieren möchte, wie man es kombinieren kann. Und die Leggings ist mein ständiger Begleiter und für Sie kann die durchaus auch wunderbar, ich mag das immer gar nicht beurteilen, weil jede Frau ist schön, so wie sie sich fühlt. Und wenn Sie aber sagen, ich fühle mich hier ein bisschen zu viel drauf und ich würde noch... Das wäre weg. Okay, Alexandra, komm ruhig nochmal rüber zu mir, dann können wir jetzt hier bei uns drüben am Präsenter Ihnen nochmal so... ...ist, passt sie sich der Figur an und geht mit, auch bei ausladenden Bewegungen. Und das ist eine Jeans Leggings, die für alle, dass Sie zu Hause ganz in Ruhe sich entscheiden können. Aber solche Angebote, die haben auch Winkeltochter oder Sie haben eine Tochter in einem jugendlichen Alter und mit jugendlich meine ich so zwischen 15 und 29. Dann denken Sie bitte daran, die jungen Frauen, auch die gerade haben, Sie haben Ihre heiße Jeans dabei. 34, 36, aber da die so elastisch ist, würde theoretisch sogar noch eine 38 reinpassen und dann geht es so weiter nach oben. Völlig egal, die Leggings passt sich dem ja an. Und vielleicht, liebe Damen, gehören Sie wirklich auch zu den Frauen, die Probleme hat, überhaupt eine gut sitzende Hose zu bekommen. Baden, überhaupt kein Problem, wenn Sie ganz schlanke Waden haben, kein Problem. Die passt einfach immer und das finde ich also sehr, sehr schön. Dass sich kleine biokeramische Kristalle enthalten sind, die spüren Sie natürlich nicht. Die auch nicht rausgehen beim Waschen. Die nicht rausgehen beim Waschen und die natürlich diese Funktion erhalten, nämlich, dass Ihre Körperwärme umgewandelt wird. Ich bin so ein Riesenfan von deinen Leggings. Man sollte man auch, wenn man es ultraeng haben möchte, nur mal kleiner nehmen, ansonsten Ihre Größe. Gleich keine 300. Also das geht ja immer, diese Nummer. Und wir können nicht genug von diesen Hosen haben. Man schlupft rein, da ist nichts, was einen derangiert, ist übrigens auch schön hoch genug geschnitten. Ich hatte mal so ein Teil beim, habe ich immer gezuppelt, dann war die zu kurz geschnitten. Das sind meistens wirklich so ganz, ganz dünne, fast wie eine Strumpfhose, die halt blickdicht ist. Aber hier kriegen Sie sehr, sehr schön. Hier sehen Sie gerade schön, wie das eben diese Leibhöhe auch entsprechend da gegeben ist. Das ist toll. Das ist extrem desortiert. Also Sie haben hier nicht mehr allzu viele Möglichkeiten, bitte nicht warten. Und ich finde halt wirklich diesen Print, ich habe den Vorgänger vom letzten Jahr, wo es vorne einfach lag. Ich habe mir so viel davon da, weil den habe ich im Internet schon angeboten. Und zum Beispiel die Slips sind ja schon komplett weg. Bei unserem Strapsgürtel ist auch nur noch ganz Anhaltspunkte. Einmal messen Sie Ihre Unterbrustweite, die messen Sie bitte unter der Brust. Dann kommen Sie meistens auf einen ungeraden Wert. Jetzt werden, wenn das mit der Zeit ein bisschen weicher wird, das Material, dann müssen Sie das nochmal. Das zweite, Ihre Kappgröße, das ist also der höchste, das ist einfach so, man fühlt sich nicht wohl. Man möchte es eigentlich irgendwie auch kaschieren und verdecken und denkt, oh mein Gott. Das hat auch gar nichts mit der Figur zu tun. Den Popo, es minimiert schon optisch beim Reinschlüpfen die Zellulite. Und Heidi, gibt es da irgendwie so einen Anhaltspunkt, wie oft wir das tragen sollen oder am besten? Vom Material her angenehm auf der Haut. Das geben, drehst du dich nochmal um. Unser Model hat natürlich einen Slip drunter, bitte nicht wundern. Ganz, ganz teure gewesen, weil so im Studio möchte man ja immer gut aussehen. Ich habe schon eine Laufmasche drin. Leider von der Antizellulite-Strumpfhose aus, das wir glauben oder nicht. Wird vom Garn umgewandelt in Infrarotstrahlen. Und genau diese Infrarotstrahlen gehen dann wieder zurück in Ihre Haut, können tief ins Gewebe eindringen, weil das ist nämlich eine Eigenschaft der Infrarotstrahlen. Und können dann eben genau an des Wurzelsübel ansetzen, nämlich da während des Tragens Ihre Zellulite positiv beeinflusst, gegen die Zellulite angeht, eben auch die Schlacken fördert. Denn das sind ja festhängende Schlacken sozusagen, die die Zellen so aufblähen und eben dieses unschöne Hautbild ergeben. Schlüpft, jawohl. Und dann sehen Sie auch die Schnittführung des Büstenhalters. Und die Panty haben Sie auch schon passend dazu an. Die können Sie auch direkt hier bei uns schon mal erfragen. Wenn die Zellen lang sind, schneidet da natürlich auch nichts ein im Schulterbereich. Dadurch, dass der untere Verstellbereich auch nochmal mit Elast zu dick, der Steg auch im Innenbereich. Also auch hier nicht überlappen, was auch wichtig ist, wenn der zu tief einschneidet, dass die Brust nachfragen nach Ihren Cups, was noch vorrätig ist, nachdem so viel begrenzt ist. In Schwarte an der Bestellannahme immer, ob eben Ihre Größe auch noch da ist, zeigt zum Beispiel das D-Körbchen mit 90er Weite. Die können hier teilweise noch mitmachen. Ja, 300 C, was wir hier gerade haben, 24,99 hier sehen. Also ein richtig toller Schnitt, eine sehr gute Führung, die Sie bekommen. Und gerade, weil wir auch von Ihnen die positiven Feedbacks kamen, können Sie einfach mal hier anderen Kunden vertrauen und es selbst für sich austesten. Bereich, zusätzlich unterstützen. Das ist ein wichtiges Thema, manch einer nach Schwangerschaften oder... Aber, nur dass diesmal in etwa gesagt, kann man das eher noch komprimierter nehmen. Sie werden feststellen, also durch die Dehnbarkeit passt sich das trotzdem wunderbar an. Und ich finde auch ein eleganter Look, wenn man das jetzt so ein bisschen schlanker gestaltet, dann reibt die Jeans auch nicht im Innenbereich. Natürlich, man sieht sofort eben auch schlanker aus. Das ist sofort der Effekt, den Sie hierbei erzielen. Mit Sicherheit einer Konfektionsgröße, gegebenenfalls auch zwei, das ist individuell anzusehen. Aber Sie haben hier auch merken, das Bindegewebe ist etwas schwächer geworden oder einfach, ja, die Haut hat so ein bisschen ihren Tribut bezahlt nach mehreren Schwangeren. Ich will nochmal sagen, Petrol gibt es. Weiß gibt es, dann gibt es Burgund, dann gibt es Schwarz, dann gibt es dieses Anthrazit. Wenn du selber so oft auf tollen Festen bist, wie eigentlich so auch ganz berühmte Frauen tricksen. Ja, also ich habe jetzt eine Jeans an. Das ist übrigens auch die Beauty Denim Jeans, die auch das Emana Garn hat. Die habe ich schon verkauft. Aber wenn ich jetzt diese Panty unter der Jeans trage, ja, wir haben ja hier oben die Bündchen, ziehe ich die Panty ein Stückchen nach oben, damit hier an der Seite die Rollen über die Jeans nicht rüberquillen. Das ist der obere Bereich, den wir abdecken. Eben das Bäuchlein, dann haben wir ja auch hier die Panty tragen, haben Sie auch hier schon mal das Problem gelöst. Also ich finde, die Panty, die gibt es schon so lange. Erstens mal finde ich, dass die eine schöne Länge hat. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel in engen Legivität, die diese Faser hat. Das ist das Emana Garn. Und jetzt wird es ganz kurz physikalisch. Ich nehme Sie mal ganz kurz mit auf eine physikalische Reise, weil es ist eine Ferninfrarotstrahlung. Jetzt sagen Sie, Strahlen hat was mit Licht zu tun. Deswegen gebe ich sich nichts ab irgendwo, auch wo die aufhört. Da zeichnet sich nichts ab, da rollt auch nichts hoch. Oder unterm Kleid, ja. Und Sie haben schon morgens erstmal ein gutes Gefühl, weil Sie sich einfach schlanker fühlen. Sie können das auch nachmessen mit einem Maßband. Können Sie gerne zu Hause machen. Oder mit der engen Hose, die vorher nicht zuging und jetzt geht der Knopf wieder. Mit Ihrer Panty in der Nacht zum Schlafen an und macht damit aktiv was für diese Haut. Für Ihre Haut. Die hat ja nicht umsonst so schöne Beine, ja. Ja, hat sie nicht umsonst. Das ist Ihr Trick, ja. Eine super Sache. Wenn Sie zum Beispiel einen dunklen Farbton nehmen, dann können Sie das auch als Radlerhose anziehen. Das ist überhaupt kein Ding. Oder zum Sport, ja. Einfach wichtig ist, dass Sie es in Ihren Alltag integrieren. Wir haben folgende Farben. Wir haben ein Jeans. Ganz viele Models tragen auch diese Art von Pantys unter Kleidern. Ganz Stars auf dem roten Teppich. Ganz viele natürlich. Denn wir haben hier mehrere Vorteile. Wenn wir das jetzt auch nochmal bei der Daniela Holstermeer sind. Wir haben einen ganz breiten Gummizug hier nochmal. Oder es ist, ja, einfach schön breit. Und drehe dich nochmal um, dann kann ich immer Sport und gesunde Ernährung sind das A und O. Das sind dann einfach unterstützende Maßnahmen, die Sie noch dazu nehmen können, um Ihr Hautbild zu verbessern. Um aber auch natürlich den Schlank-Effekt sofort genießen zu dürfen, weil Sie haben weniger Zentimeter. Deswegen holen Sie sich auch gleich zwei Farben, weil Sie müssen es irgendwann waschen, ja. Aber noch ein Stückchen höher bis hoch in die Taille, wie wir es gerade angezogen sehen. In Anthraxit. Und dann natürlich auch in dem schönen richtig Saphir. Ja. Das Besondere, denke ich, liebe Alexandra, hier bei dieser Hose ist wirklich, du hast es vorhin angesprochen, der Sofort-Effekt. Ja, der Sofort-Effekt. Der, dass dann sofort sozusagen die positiven Resultate sieht. Ja. Hier wird es gestrafft, sofort. Innen hat auch schon mal die Kamera gezeigt, habe, wird unterstützt, weil es hier fester geht. Und schwupps ist das Bäuchlein wieder ein bisschen flacher. Und das Schöne ist natürlich auch heute nochmals wirklich dieser A und O. Nachts. Ah. Das heißt, Sie können natürlich diese Hose auch als figurformende Hose tragen, weil es ist ja auch eine Miederhose, ganz klar. Ja, eben unter der Wäsche oder der Zockmose drunter, das sieht kein Mensch. Und Sie sehen gleich nochmal schlanker aus. Ja, genau. Also ich komme jetzt mal zur Daniela. Ja, jetzt sehen Sie, das ist eine ganz klassische Figurform. Das ist auch, was ich Ihnen gerne sagen muss. Hier unten, die Bündchen sind konisch gearbeitet, dass Sie noch Luft kriegen, dass Sie Freude haben und dass Sie damit schlafen können. Und dann nochmal, ich schlafe jede Nacht damit, jede Nacht und habe ja automatisch sechs bis acht Stunden. Ist diese hoch? Weiß ich, genau. Sie können aber auch, gerade wenn Sie es vielleicht zum Schlafen tragen wollen, dann nehmen Sie ruhig die Nummer größer, dann ist sie noch bequemer. Wenn Sie sie tagsüber haben wollen, noch zum Figurformen, dann nehmen Sie genau Ihre Konfektionsgröße. Also Sie können nichts falsch machen. Das ist ein elastisches Gewebe. Es wäscht sich übrigens auch der Effekt nicht aus. Also egal, wie oft Sie die jetzt schon gewinnen sind, mittendrin sind und hier, let's celebrate, feiern. Also schauen Sie gerne von meiner Seite, um Ihnen mal mit auf den Weg zu geben, dass Sie es ruhig mal testen können. Und das Zweite wäre, schwarz ist der absolute Renner, Heidi. Schwarz ist der absolute Renner. Wobei, ich würde Ihnen ja empfehlen, nehmen Sie eine. Auch gerne diese Raffung. Diese Raffung, das wissen wir aus der Mode. In dem Moment, wo ein Oberteil gerafft ist, ob das im Brustbereich ist oder im streifenfreies Bräunen, im Dekolleté, im Schulterbereich, überhaupt, auch im Rückenbereich, überhaupt kein Problem. Das nehmen Sie einfach ab und dann können Sie sich... Es ist einfach dieses Gefühl. Ich meine, gerade wir sind ja, wenn wir fast nichts anhaben, irgendwie mit vielen Dingen spazieren, sondern dann einfach diesen Badeanzug anzubereich, das anzuprobieren und wirklich dann auch ganz in Ruhe sich zu entscheiden. Das ist natürlich das Schöne. Wir haben diesen Badeanzug, das ist die Bestellnummer jetzt auch hier für Sie und Sie sehen wirklich einen Badeanzug, der es in sich hat. Woran liegt das? Ja, das liegt natürlich am Innenleben, nicht nur mit den Jahren und man hat vielleicht auch schon Kinder bekommen, Klimaketär. Ich freue mich auf den nächsten Urlaub und auf die Sonne und auf die Badesaison und wenn Sie nur ins Freibad gehen, ja mit Ihren Kiddies, Sie werden wirklich Ihren Spaß haben hier. Ich freue mich auch, wenn Internetbewertungen geschrieben werden und ich meine, es war zu die von LaVell und glauben Sie mir, das ging mir so ans Herz und es hat mich auch vor allen Dingen Kasse gebracht und dieser Lieferant näht seit über 50 Jahren nur Bademode. Der ist spezialisiert und das merkst du natürlich, der weiß genau, wie die Proportionen sind. Das ist ein Problem.